Hallo und voll schön, dass du auch heute mit dabei bist beim heutigen Herz-zu-Herz-Live-Talk. Impulse aus dem Moment, Impulse aus dem Leben verschiedener Menschen, um dich zu inspirieren. Wie gehen gerade andere Menschen mit der aktuellen Situation um und was machen die für sich? Und heute freue ich mich, weil ich habe eine ganz, ganz lichtvolle Frau im Gespräch. Ich werde jetzt gleich merken, wie so lichtvoll. Ich hole sie mal dazu. Ihr Name ist Ursula Fuchser und sie kommt aus der Schweiz. Hallo, liebe Ursula. Hallo, liebe Friska. Grüß dich. Du, liebe Ursula, kannst du dein Handy nochmal so ein bisschen drehen? Ja, ich sehe es gerade. Das sind wir uns ungleich. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Ursula. Schön, dass du heute mit dem Herz-zu-Herz-Live-Talk bist. Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Friska. Ja, so, so gerne. Ich habe gerade schon von deinem lichtvollen Wesen erzählt und beginne dich jetzt auch mal vorzustellen, liebe Ursula. Du bist ja in der Schweiz und von Kindheit an begleiten dich drei Themen, liebe Ursula, und so habe ich dich auch kennengelernt. Das ist der Tanz, ja, ganz, ganz wichtig in deinem Leben, die Natur und aber auch die Begegnung mit der Heilung. Du hast ja erst in deinem Leben nach ganz so einer Tanzausbildung oder einem Tanzweg hast du eine kaufmännische Ausbildung eingeschlagen und nach ganz vielen, ja, verantwortungsvollen Positionen in der Wirtschaft hast du dich aber für ein Rausgehen da entschieden, um zu lernen und hast viele, ja, viele Wege kennengelernt. Du hast ja Körpertherapieausbildung, du hast aber auch das Schamanische aus Brasilien so ein bisschen mit reingenommen, ganz viele Menschen, die dich in deiner Arbeit und in deinem Sein, wie du jetzt gerade wirkst, unterstützen und dich inspirieren, ja. Da hast du ganz viel kombiniert und hast dann deine Praxis gegründet, wo du jetzt ja Menschen mit körperlichen Themen, aber auch natürlich ganzheitlich, geistig, seelisch begleitest, heilst in dem Sinne. Und da hast du auch deinen Zugang zu einem ganz, ganz besonderen Instrument gefunden, das ist die Lichtmedizin. Vielleicht kannst du da nachher auch nochmal ein paar Worte dazu erzählen. Denn die Lichtmedizin, und ich habe sie selber auch schon ausprobiert, liebe Ursula, die ist so, ja, das ist wie so ein goldener Schein, der irgendwo Körper, Geist und Seele auf einmal miteinander verbindet. Und es ist wirklich ganz, ganz heilsam auf vielen, vielen Ebenen, die wir oft nicht sehen können, aber sicherlich für viele auch fühlbar und spürbar sind. Liebe Ursula, mit all deiner, ja, mit deiner Arbeit jetzt gerade auch und mit deinem Umgang mit Menschen in deiner Praxis, wie nimmst du die aktuelle Situation gerade wahr? Was ist da auf deinem Platz gerade so präsent? Ja, ein grosses Thema sind die Gefühle. Also, wir haben so gelernt, über all die Jahre unsere Gefühle oder Emotionen wegzudrücken. Und ich merke einfach, bei all meinen Coachings und Heilbegleitungen ist das immer wieder ein zentrales Thema. Natürlich ist es mir möglich, in diesen Frequenzen, wo ich unterwegs bin, also ich bin mit verschiedenen Lichtteams, nenne ich das, mit verschiedenen Kanälen verbunden. Und je nachdem, was Thema ist bei den Menschen, ist dann die nötige Unterstützung da. Und ich sage immer, ich hole die Energien mit Verbindungen, Beleuchtungen in die Frequenz, also in das System von Menschen. Und dann aber die Manifestation, das ist dann die Selbstheilungskraft, was dann im Menschen selber geschieht. Und da gibt es auch immer die Spontanheilung, manchmal auch bis zu geistigen oder chirurgischen Operationen. Aber bei allem, also ich habe ja seit 09 arbeite ich in meiner Praxis und jetzt einfach in Vollzeit, merke ich einfach, dass das ein zentrales Thema ist, diese Gefühle, die wir alle kennen, wo wir einfach abgesparten haben oder weggedrückt, weil der Schmerz einfach zu gross war, das zu fühlen. Und da bin ich jetzt dran, neue Dinge zu entwickeln, Menschen Instrumente zu geben, wie sie an ihre Gefühle rankommen. Sie mal, also ich unterscheide auch zum Beispiel zwischen Gefühlen und Emotionen. Emotionen sind für mich Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind, was nicht jetzt passiert, aber immer wieder aufblockt. Und dann die normalen Gefühle. Genau, und vielleicht auch mal ein Beispiel zu machen, wenn man die Gefühle da sein lässt, in den Raum gibt und sie wie ausfühlen kann, wie beim Kind zum Beispiel. Wenn ein Kind umfällt, oder, weint es und nach einer Minute oder fünf Minuten ist die Welt wieder in Ordnung. Und es wird eben das Gefühl wie ausgefühlt. Und da bin ich jetzt so dran, neue Möglichkeiten den Menschen, so Werkzeuge in die Hand zu geben. Was sind das gerade für Gefühle und Emotionen, die in deiner Praxis mit den Menschen, mit denen du arbeitest, vorherrschen? Gibt es da irgendwie, kann man das sagen, jetzt im Moment, es sind gerade die drei bis fünf am präsentesten? Nein, das kann man so nicht sagen, es gibt ja die Grundgefühle, oder, wie Wut, Trauer, Angst, Scham und Freude. Das sind so die Grundgefühle, die reinen Gefühle. Und jedes Gefühl hat da wie zwei Seiten. Also auch die Angst hat eine wunderbare Qualität. Also wenn sie von der lichten Seite her betrachtet wird, oder da kommt ein Mensch komplett in seine Präsenz, in seine Ausrichtung, in seine Fokussierung, durch diesen Adrenalinschub von diesem auch sehr kraftvollen Gefühl. Und das andere ist dann natürlich, wenn wir es gegen uns richten. Nein, also das sind so diese Grundgefühle. Aber die Hauptthematik ist oft auch, also überhaupt die Gefühle zu fühlen. Und das beginnt für mich bei der Körperarbeit, also im Körper zu Hause zu sein, den Körper wahrzunehmen. Weil wir können, das ist wie eine Kommunikation mit unserem Körper. Wir können mit unserem Körper sprechen und das können wir wieder lernen. Das haben wir alle in uns, vielleicht ausgeprägt oder weniger. Und das ist eigentlich der Schritt eins, wieder im Körper anzukommen und ihn wahrzunehmen, oder? Wie die Energie zirkuliert oder wo es vielleicht dunkle Plätze gibt, wo vielleicht hellere. Und dann als zweiter Schritt dann eigentlich die Gefühle zu integrieren. Weil, sag jemand, ja fühlen, und da sagt er mir ja, wie mache ich das, oder? Das kennst du dich ja auch. Ja, absolut, Frau, wunderschön, dass du da die Menschen heranführst. Das ist tatsächlich ja die Basisarbeit, die an manchen Stellen da jetzt auch gemacht werden muss. Dass wir überhaupt wieder dieses Körperbewusstsein entwickeln. Und du hast jetzt vorher erwähnt, du arbeitest da gerade auch daran, eben so Unterstützung den Menschen anzubieten, was jetzt eben gerade so Angst, Scham, Wut und so weiter betrifft. Ist das in Form von der Lichtmedizin, oder wie kann ich mir das vorstellen? Also die Lichtmedizin ist ein weiterer Begriff. Also alles, was ich tue, ist eigentlich Lichtmedizin mit diesen Kanälen, wo ich verbunden bin. Und eines davon ist die Gottlichtessenz, was letztes Jahr zu mir gekommen ist. Das ist wieder ein anderer Kanal, als wenn ich arbeite und es zum Beispiel um eine Krebsbehandlung geht oder ähnliches. Und zur Frage, jetzt habe ich den Faden verloren, ob das die Lichtmedizin ist. Genau, du hast ja gesagt, du bist dabei gerade so neue Instrumente oder Hilfsmittel zu entwickeln für die jetzige Zeit gerade. Genau, jetzt habe ich es wieder. Ja, das mache ich natürlich, das frage ich natürlich ab, also mit diesem Kanal. Also die Lichtmedizin ist eigentlich, sind die Kanäle. Und mein Kanal ist eben, sind die Lichtfrequenzen. Und von daher auch den Begriff Lichtmedizin. Und was ich auch sehr gerne immer wieder auch integriere, ich gehe oft auch in die Natur mit den Menschen, in Coachings. Also oft arbeite ich über die Ferne, aber wenn sie zum Beispiel vor Ort sind oder ich zu ihnen reise. Also ich habe gerade am Sonntag selber wieder so eine Erfahrung gemacht, ich bin barfuß, also ohne Schuhe gelaufen. Und schon da, also die Kraft der Mutter Erde aufzunehmen, die Mineralien und alles zum Thema Körpergefühl. Und in der Natur, also die Natur spricht ja auch mit uns. Alles ist Schwingung und Bewegung, oder? Und wenn wir da in Kommunikation schwingen, sei das mit einem Baum oder mit einer Pflanze oder mit einem Ameisenhaufen, was auch immer. Das gibt Resonanz und da bekommst du auch Informationen und Botschaften zurück. Oder auch wenn du, je nachdem, eine gewisse Lebenssituation oder in einem Prozess bist, geh in den Wald oder in die Natur und schau, was dir begegnet. Ich hatte zum Beispiel am, ja, diesen Sonntag, sie hat mir zweimal Schlangen begegnet. Und das erlebe ich selten, also eigentlich selten und nie hier in der Schweiz. Und dann wurde mir plötzlich bewusst, ja, ich habe letzte Woche fast ausschließlich mit Schlangen gearbeitet in der Heilarbeit. Kriege ich eine Gänsehaut. Ja. Ja, wow. Ja, wie wunderschön. Was machst denn du, außer jetzt in die Natur zu gehen? Das weiss ich, dass du das auch für dich gerade jetzt in der Zeit machst. Was machst denn du für dich? Ja, also, das mit der Natur habe ich schon erwähnt. Und ich arbeite auch sehr gerne mit den Elementen, je nachdem, was ich brauche. Arbeite ich mit dem Geist des Wassers oder des Feuers. Ich mache auch gerne Feuer. Ich trommle sehr gerne auch. Das gibt mir auch immer wieder Kraft. Oder ich lege mich auf den Boden im Wald. Oder ich arbeite mit dem Element, lufte wirklich mit den Elementen. Und dann singe ich auch sehr gerne. Meistens am Morgen unter der Dusche. Ja, singe ich dann. Tönt es noch schön. Gibt noch einen guten Klang so. Das macht mich einfach fröhlich und glücklich, wenn ich singen kann. Und oft spreche ich auch in Seelensprache. Das neutralisiert mich dann so, wenn ich mal auch im Kopf hänge. Oder wie wir es alle kennen, bringt mich das sofort wieder auf die Herzfrequenz und in einen Ausgleich. Oder tanzen, was wir auch schon angesprochen haben. Ja, ich denke, wenn wir Menschen im Herzen zu Hause sind, dann ist eigentlich alles okay, soweit. Und schwierig wird es einfach, wenn wir im Kopf hängen bleiben und es dann so Diskrepanzen gibt. Und ich schaue auch, dass ich genügend schlafe, mich gut ernähre und einfach liebevoll mit mir selber umgehe. Und ich denke, wir sind so gefordert in der heutigen Zeit, mehr denn je dem zu vertrauen, was wir fühlen. Weil diese Wahrheit nur diese Wahrheit wird. Ja. Mit diesem Abschlusssatz, im Herzen zu Hause zu sein, das hast du vorher gesagt. Und die Wahrheit im Herzen, ja, zu kennen. Und das ist deine eigene Wahrheit. Das ist die, die gilt, ja. Liebe, mag ich jetzt sozusagen diesen Herz-zu-Herz-Live-Talk auch beenden. Weil du hast jetzt schon so, so viele wundervolle Impulse uns mitgegeben, liebe Ursula. Ja, sei es jetzt, ja, Tanzen, Natur, Singen, ja. Und selbst einfach so liebevoll zu begegnen. Und aber auch, also ich kann es ja jetzt selber auch, ja, auch vielleicht so Impulse reinzuholen wie deine Gottlichtessenzen. Also ich kann die auch an der Stelle wirklich nur empfehlen. Das ist so, so heilsam. Und ja, ich danke dir deswegen an der Stelle, liebe Ursula, für all deine Arbeit, die du hier gerade so in die Welt trägst. Schon lange, ja, in deiner Praxis. Aber jetzt auch sozusagen im deutsch-österreichischen Schweizer Raum. Ja, genau. Länderübergreifend. Genau, länderübergreifend. Richtig. Das war auch noch ein schöner Endsatz, persönlich für mich gesehen. Ich danke dir, liebe Ursula, für deine Zeit und deine Worte. Ja, ich danke dir. Und einen wunderschönen Abend. Ganz viele Bussis in die Schweiz. Ja, dir auch. Bis bald. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.